Der Neger hat, der kann das irgendwie nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Left 4.2 zusammen mit dem Rafael. Servus. Ja, wir sind ja letzte Folge da hängen geblieben bei diesem Terminal und wir machen da jetzt weiter und ich schneide das am Anfang jetzt raus, weil das kennt ihr eh schon und ich werde dann einfach am Ende, wenn es dann interessant wird, wo wir dann hängen, da werde ich dann wieder reinschneiden und wir werden schauen, wie oft man das heute jetzt dann vibriert mein Handy, während ich da was rede. Wie oft wir da sterben werden? Ja, ich hoffe, dass wir gar nicht sterben und dass wir jetzt mit der vollen Motivation da erstmal reinpushen und ratatata. Ja, es sind natürlich jetzt alle Sachen weg, die wir gehabt haben. Ich weiß nicht. Okay, jetzt, jetzt sind weniger, jetzt sind weniger. Schnell, schnell, schnell. Schmeißt deinen Molli da vielleicht her? Ah, fuck, das war jetzt schlecht. Wo bist du, wo bist du? Oh, echt, hinter dir. Ah, okay, ja. Geht's an weniger, komm? Ja. Packe, ich hänge fest. Oh, oh. Okay, weiter, 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 weiter. Fuck, Hilfe. Ich hänge fest. Und fest hängst am besten. Ja, ja, aber ich bin gerade umzingelt. Ja, ich merk's, ja. Ich bin weiter grenzt. Ich bin schon mal weiter. Ja. Ach, ich bin mir sicher. Oh mein Gott, ich komme nicht rein, ich komme nicht rein, ich komme nicht so viel, als dass... Ja, ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich schieße gerade einfach nur auf dich drauf. Ich bin drin. Ah. Hilfe. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Und zumachen. Boah. Ich bin nicht weggekommen gerade. Ich habe nicht nach hinten gehen können, obwohl nichts da war. Nein, nicht nach hinten, nach links. Ich habe nach vorne geschaut. Ich habe nicht da, ich habe nicht rein können. Es ist einfach nicht gegangen. Ja. Ja. Boah. Aber wir haben es jetzt First Strike geschafft eigentlich. Na, wie ich gesagt habe. Vielleicht schaffen wir es ja beim ersten Mal gleich. Boah, Alter. Da ist... Heilung, Alter. Ja. Bist du da. Auf jeden Fall einmal. Ja. Und mitnehmen wieder. Dann haben wir da Munition. Das ist einmal gut. Äh. Und auch die. Weiß ich jetzt ein Messer in der Hand. Weiß ich nicht, wo es das her heißt. Na, Alter. Auf einmal ist mein... Wir sind nicht auf einmal meine Pistole weg. Oder scheiß mich an. Hä? Ich habe doch meine Pistole nicht weggelegt. Ich weiß nicht. Die ist einfach weg. Keine Ahnung. Ja gut, aber dann können wir weitergehen, würde ich sagen, oder? Schmerzmittel, was noch da gelegen ist. Jetzt tue ich noch mal nachladen. So, nehme ich da. Was nehme ich da? Da nehme ich gar nichts. Ich bleibe bei der AK. Ja, ja. Ich habe jetzt wieder meine Double Pistole. Ja, das ist das letzte Kapitel, ne? Ja. Was ist da? Okay. Na ja, wir müssen ja jetzt schon zum... Da hinten ist das Flugzeug. Flugzeugabsturz. Der Neger hat... Der kann das irgendwie nicht. Ja, der Obst, glaube ich, gibt dem Boden ein kleines Pust, die ein bisschen falsch verschrafen ist. Na gut, ich schätze mal, wir müssen da vor. Ich schätze auch mal, dass wir da rein müssen. Also, ich glaube mal, dass da jetzt jeder Fetzen hinig ist. Ja, mindestens. Achso, das bist du. Ja, der schießt auf mich. Ja. So steht da... Ja, da steht die Maschinen. Diese... Warum kann man... Ja, Punkt. Was ist der Punkt, Alter? Ich gehe mal an den Punkt. Ja. Boah. Hallo, wie heißt es? Hallo. Ich muss mich nicht von mir rumgelassen. Dankeschön. Wie war vor, dann habe ich auch gesagt. Jawohl. Hallo. Oh yeah. Hätte er ist verbannt, Zeug. Ich habe es gesehen, ja. Ja. Und da ist er eben G3, oder wo? Na ja, in B3, bin ich. Oh. Er hat auch fast durch. Bambaschinen, oder? Achtung! Oh, oh. Das ist... Weißt, Alter, ich bin... Ich hucke da als Einziger da drauf. Und auf mich geht er natürlich. Ja, es beginnen jetzt aber wenig zu fallen, was mit dem Zeug, gell? Weil da ist Munizung. Ja. Irgendwie ist er bei mir aber nix. Philipp, schau mal, wie ich bin. Ah, das ist natürlich g'scheit, ja. Oh, oh. Ja, so, ich bin da drauf. Und wo müssen wir jetzt... Oh, da hinten. Alter, wie die da so raufkreuhen, weißt du an, was mich das erinnert? An Transit. Boah, ja, ich hab's mir. Na, schesse. Gut, ich war. Naja, kur der Zeitpunkt, dann wollen wir mal nicht mehr machen. Wie das schierste, was das Zeug hält. Boah. Boah. Ähm, das hört sich schlecht an. Ja. Oh ja. Nimm die Minigab. Da komme ich von da nicht hin. Der muss vorne irgendwo sein. Er klettert noch mal zum Murat. Ja, ist hier nicht. Munition! Der Tank hat seine Strecke. Aha. Oh oh. Das hört sich aber nicht so gut aus. Naja. Ja. Naja, jetzt. Ich komme da nicht. Nicht, weiß nicht, dass er da rauf rennt irgendwie. Naja. Er bleibt stehen in der Scheiße. Jetzt kommen wir von der Seite. Ja, der steht da unten, na, der bringt voll los. Spitter. Der Luis ist auch ein Neger. Ja, weißt du, der steht da unten und heilt sich. Was hat er vergessen, dass hinter ihm vielleicht Zombies sind? Na super, die rennen der da gar nicht vorbei, oder? Molly, voll für den Arsch. Oh, fuck, Hunter. Nein, Jockey. Er rennt mit mir ins Feuer. Ja, ich komme. Alter, was tut denn da los eigentlich? Wo ist der? Da hinten. Oh mein Gott. Da ich bin. Da ich bin. Ich heal mich. So. Ähm. Ah. Warum ist denn das so? Weiter. Warum ist denn das so? Herst. Hilfe, bitte. Danke. Warum ist denn das so übersteuert? Ich glaube, da sollte ich nicht reinrennen. Und warum haben wir da nicht schon vorher rein können? Das steht die ganze Zeit schon da. Das ist wahnsinnig. Wie stepper, das ist aber auch knapp mit den Kisten. Hä, der ist da einfach durch. Ja, der war gut, doch, der Herr. Äh. Jawohl. Überlebende konnten fliegen. Überlebende. Jawohl. Tja, Louis als ich, als er selbst. Tja. Na, Kampfkrieg ist neun. Tja. Ich hab beide 10 Kills, lol. Ja. Ja. Ich würd sagen, die Folge... Mit der Folge war's dann auch schon wieder bei 19 Minuten. Ist sich perfekt ausgegangen, ne? Ja. Ja. Sehr schön. Na, passt. Na gut. Ja, dann war's das an der Stelle mit der Folge. Genau. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, gerne like und abo da lassen. Schaut's auch beim Raffel noch vorbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.